Er ist eh nicht der Richtige für Dich. Bestanden? Nicht bestanden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde eine Ausbildung zur Maskenbittnerin machen. Du kannst doch die Zwiebeln voll nützen und dich um alle erst herkennen. Ich setze mich bestimmt nicht hinter die Kasse. Das kannst du nicht machen. Hör auf. Tschüss Mama. Ich habe dich sehr gerne. Check deinen Banner, Geremie. Ich habe den Banner gesucht. Wir müssen echt jemanden finden, der dich entjungfert. Wo bist du? Schweden. Zoe Azad. Jetzt hör mir mal zu. Du bist so gross. Hey. 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 Ich bin überhaktet, du und dann die bestellen deinen Gorni. Ich habe auch von was anderem geträumt in deinem Alter. Aber dann kamst du und dann waren die Träume nicht mehr so wichtig. Du bist auf mein Recht. Und braucht halt Mut. Das war Trick im Dorf. Und es macht nichts für m'draut. Und braucht halt Mut. Vielen Dank.